Die BBT Automotive Components GmbH ist einer der führenden Hersteller von Zündspulen, Zündleitungssätzen und hat ein umfangreiches Sensorikprogramm. Mit Stammsitz in Weienzell bei Nürnberg wird weltweit der automobile Ersatzteilmarkt beliefert. Seit Jahrzehnten wird die internationale Präsenz durch Teilnahme an Messen in Asien, Nordamerika und Europa erweitert. Bei Produktneuheiten stehen die aktuellen Modelle der Fahrzeughersteller im Vordergrund. Seit 1992 gilt BBT als verlässlicher Partner. Das Unternehmen entwickelt und produziert Zündspulen mit dem Qualitätsmerkmal Made in Germany. BBT Zündspulen sind langlebig, zuverlässig und weisen exzellente Leistungsdaten auf. Wegen der Produktkomplexität sind namhafte europäische Maschinenhersteller unerlässlich. Dabei werden Prüftechnik und Produktionsprozesse permanent an neue Technologien angepasst. Bei der Auswahl von Rohmaterialien für die Produktion wird auf hochwertige Komponenten gesetzt. Qualitätssicherung versteht man im Hause BBT als echten Wettbewerbsvorteil. Deshalb wird stark in die Abstimmung der Produktionsabläufe investiert. In der Automobilindustrie nimmt die Sensorik eine unverzichtbare Rolle ein. Deshalb entwickelt BBT Luftmassenmesser sowie Kurbel- und Lockenwellensensoren selbst, um gleichbleibende hohe Qualität zu gewährleisten. Die Produktion der Luftmassenmesser ist durch ein BBT-eigenes Patent abgesichert. Die vereinbarten Mess- und Prüfmethoden werden kontinuierlich dokumentiert. Dabei geht das Unternehmen neue Wege in der Qualifizierung der Sensoren durch individuell entwickelte Prüfeinrichtungen und Prozesse. Die Produktion von Zündleitungen hat bei BBT Tradition. Hier werden sowohl Groß- als auch Kleinserien gefertigt. Namhafte Kunden setzen seit Jahren auf gleichbleibende Qualität made in Germany. Standard-Zertifizierungen für den Automotive Aftermarket sowie ein gelebtes Umweltmanagement-System prägen das Unternehmen. BBT plant die Zukunft mit Nachhaltigkeit. Das familiengeführte Traditionsunternehmen investiert außerdem permanent in seine Mitarbeiter. Denn sie wissen, wie aus Tradition Innovation wird. Das gesch destroyerte Frise forności Vai-Rena. Bis zum nächsten Mal. Best Risiko Pas 5 Aufmerksam esimerk слов Ugh, Taher oder Die Problem Tyr filled quy